Oh, wir spielen heute G-Mod. Lange Zeit her, dass ich das gespielt habe. Naja, mit Destiny 3 in der Kombination wird das auf jeden Fall ziemlich interessant. Und wahrscheinlich müssen da mehr NPCs dran glauben. Legen wir los. Let's go! Let's go! So nice! I'm bored! And finally, the final piece of my shrine. To Eggdog. Okay. I'm streaming! Go away! Finally, back to my shrine. What? What is this? Oh! Fine, we'll play a few games. Ja, Dev, man, das habe ich damals oft gespielt. Wir waren immer wieder Tiny-Geladen. Okidoki. Hey, to the lava, to the beta. Well, we're going to play a few games. Oh, well, we're going to play a few games. Well, we're going to play the game. Oh, no. That's what he did not say. You're a piece of shit! Oh! Mario! Come on, man! Violence is never the answer! He said that he wants to play the title of Tafis gratis. What? I can't make them fall again! Das ist noch mehr fein. Aber die richtige. Was ist das? Was ist das? Oh! Outsch! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist deinem Wunsch? Was ist das? Schankend. Hä? Na wenigstens machst du schon kein Deutsch. Pop-Hunt, auch ein Modus, den ich damals gespielt habe und oft bei Venice zum Beispiel gesehen habe. Ja, das ist die Heule. Und du musst nur schlafen. Ooooooh. Leonischerweise, in der englischen Kanal bei Favoriten ist tatsächlich ein Pokémon Hide and Seek Video mit den Tarn Charakteren in der Favoritenliste auf Nintendos Enerikas offiziellen Kanal von Banos. Mario, du solltest du ein Prop-Hunt sein? Ehto, tuta, tuta, tuta! Warum denkst du, es ist ein Prop-Hunt? Prop, prop, prop? Äh, ja, ich kann. Hier, Mario, lass ein Prop-Hunt-Master euch zeigen, wie es ist. Okay. Irgendwie ist das Gameplay gerade zusammen. Ja, das ist geil, aber diese Daufe. Hehehehe. Mit dem Kaffee in der Hand, auch noch. Waaaah! Waaaah! Mamma mia! Waaaah! Waaaah! Na gut, ich hab ein Kotz-ing mit Bananen-Steuer im Spiel. Waaaah! 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 Ja, gar nicht unhoffertig. Das ist nicht mal teilsam. Okay, das kommentiere ich jetzt nicht. Hehehehe. Oh no. Oh no. Absolut cool. Den habe ich aber damals nicht gespielt, den Monos. Natürlich habe ich Scary Smotten besetzt. Ich wundere mich eigentlich, dass die nicht mit dem Mario und Astrid Spielmodell spielen. Aber man muss fair weiter auch sagen, solche Art von Sprüchen sind sehr schwer. Egal welche Spiele. Ich bin ein Pro-Gamer. Warum haben Sie das nicht besser in diesem Spiel, Gave Neuel? Komm schon. Das ist fast keine Herausforderung. Waha! Oh ja! Ich werde das finden, wer das in Möderland eigentlich gemacht hat. Zum Glück war ich das nicht! Zum Glück war ich das nicht. Oh ja! Das ist ein Nesky-Floch. Das ist ein Nesky-Floch. Oh ja! Das ist ein Nesky-Floch. Das ist ein Nesky-Floch. Das ist ein Nesky-Floch. Das ist ein Nesky-Floch. Okay. Oh ja! Die kommen mir sehr bekannt vor. Und ich glaube, die ist sogar... Oh! Nice Gun you got here. Can I have it? Die Musik, die ich gerade gehört habe, kann aus dem Wettbewerb, der ist irgendwie gerade angeschwissen bei mir. Oh, hell yeah! Hehehe, das ist ein Mensch. Oder Cranky? Ich habe schon so lange kein Gary Smog gespielt, das letzte Mal, als ich es gespielt habe, habe ich ganz schön bald ins Bretton City hochgejagt. So, wir sind das Freunde, wir sind cool. Ich versuche zu einem eine Bruder, und ich werde dich zu schießen. Oh, eine Bruder wie dieser? Das ist ein Mensch. Oh, ja! Hier ist ein Mensch! Ich versuche jetzt die Bruder, ob du jetzt? Oh, ja! Wenn du all dein Geld hast? Ja, ich versuche mir alle meine Geld. Ja, ich versuche dir all meine Geld. Das ist alles, das ich habe. Das ist alles, das ich habe. Ja, danke. Warte, wo ist Mr.Monitor? War Mr.Monitor der Spielbildschirm? Oder wie haben sie das so schnell rausgefunden? Naja... Don't use this! Oh, hier landet das rein! Das war eine gute Episode! Und ja, dann bedanken mich für's Zusehen. Bleibt es ja Last Outer und... Bye!